Hey, jetzt kommt's wieder nur ein Video. In diesem Video gibt's Outtakes. Ich will mal einen Film von den ganzen Community-Virus mal komplett Kernwähnen haben. Das ist lustig, zeige ich euch jetzt. Trickshot. Alter, nicht mal auf dem Bild. Cheat. Achte auf deine Wortwahl. Ey. Achte auf deine Wortwahl. 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 Was glaubt der? Was glaubt der? Was glaubt der? Hör auf zu fluchen. Hör auf zu fluchen, na? Hör auf zu fluchen. Dich mit einem Blitztreffen. Aua, Gehörstörung. Ich will meine Erschwitterung. Ah. Verdammt daneben. Verdammt daneben. Verdammt daneben. Verdammt daneben. Verdammt daneben. Okay. Ich löff jetzt diesen Bleistück in das Glas da hinten. Ich bin ein Vogel? Hä? Was mach ich hier heute? Was? Okay. Warte, dass ich den Scheiß misste, oder? Immer diese politische Reaktor heute sage. Ach immer diese politische... Immer diese politische... Immer diese politische... Immer diese... Ach immer diese... Immer diese... Immer diese politische... Ach immer diese... Dumm, tut mir leid. Hässlich. Schlecht, du mir zu tun hast. Hey, ich bin fertig. Hey, ich bin fertig. Hey, ich bin fertig. Warum mache ich das so? Wenn ich keinem bin, dann habe ich mich kämpft. Anscheinend liegt es daran, dass ich keinem bin. Naja, kann man nicht so machen. Hey, ich bin fertig. Hey, ich bin fer... Das reicht, glaube ich, schon, ne? Tschüss. Wo bin ich hier? Ich bin ein... Was bin ich? Katze? Hund? Irgendwie mit komischen... grünen... Flaschenhalsoren, ne? Alien, klar. Wie haben sie ihr Bein noch? Spaß, Spaß. Guck mal, Outtakes. Ah! 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 Das ist mir getan. Okay, aber was willst du trinken? Ich brauche noch eine Flasche. Fuck! Ich muss eine leere Flasche holen. Was ein Scheiß. Jetzt haben wir es, oder? Okay, schönen Tag noch. Dieser Weg ist mit Steinen drin. Dieser Fuck! Ich kann so keinen Schritt vorgehen. Ich bin ein Erdmännchen. Nee, bin ich nicht. Ich bin ein Gangster. Guck wie der Jacke hier. Yeah! Oh, das ist laut, Digga. Boah, das ist laut verdammt scheiße. Was mache ich hier für eine Scheiße? Ich bin Grafineptias, der Vampir. Uuu! Ja! Ich darf ein'apa ... Ich darf ein'apa... Spassassos. Spassassosis, framed ... Spassassosis, maxСТDs ... Spassassosis! Der finde der Sound. Super! Ja... Seitenbacher Bergsteiger Müsli, Seitenbacher Bergsteiger Müsli, Seitenbacher Bergsteiger, Müsli, Seitenbacher. Dieses Jahr ist Weihnachten an einem 13. Hey, jetzt haben wir noch ein Video und diesen Video machen wir. Das ist schon ziemlich krass. Ist halt einfach so, ja? Ist halt einfach so, wie es halt ist, ja? Na, tschüss. Ich geh wieder, tschüss. Ich geh jetzt nach hier, ich geh. Fuck. Boah, fuck up. Aua, das hat mir getrun. Just do it. Alles klar. Die Koloratik wird Bescheid sagen. Ich bin Kerwin, du auch. Sehr gut. Du hältst jetzt erstmal deine Schnauze. Wieso? Ich weiß es auch nicht, Mann. Regen. Ich reg mich auf. Witz. Wortwitz. Ein bisschen, aber nur nicht ganz, aber... Okay. Warum? Nein, du kannst hier doch einfach nicht mal... Ich kann nicht mal reden. Alter, ich hasse es, wenn ich jetzt Regen beim drehe, Alter. Regen, hör auf. Drecksregen, naja. Ich fahr mich grad durch, ob ich irgendjemand nervt, wenn ich um morgens früh mein Video drehe. Aber ich glaube eigentlich ja nicht, oder? Drecksregen, oder? Ich hab keinen Kamin. Kamin. Nicht Kamin. So, jetzt aber schnell. Giss mich doch. Der Watsch ist halt. Oh, ich ist halt. Ach, warte eins noch. Hast du eigentlich an den Comedy Views von den Laptas schon gesehen? Ach, warte eins noch. Hast du eigentlich an den Comedy Views von den Laptas schon gesehen? Ach, warte eins noch. Hast du eigentlich an den Comedy Views von den Laptas schon gesehen? Ach, warte eins noch. Hast du eigentlich an den Comedy Views von den Laptas schon gesehen? Ach, warte eins noch. Hast du eigentlich an den Comedy Views von den Laptas schon gesehen? Boah! Da kannst du dir die ganzen Comedy Views angucken, wobei die Sachen entstanden sind. Und noch ein anderes Video, kannst auch draufschieben, weißt du? Klicken.